Was für mich als ehemalige Sachbearbeiterin des Jugendamtes jetzt schwierig ist, ist einfach dieser Rollenwechsel und diese Familie, mit denen ich angefangen habe, einen Prozess zu begleiten, jetzt nicht mehr zu Ende begleiten kann. Da laufen zum Teil familiengerichtliche Verfahren, es sind Familienhilfen in den Familien installiert und jetzt bin ich eben raus und kriege nicht mehr mit, wie der Werdegang ist. Das ist natürlich was, was komisch ist.